Die japanische Regierung will auch ohne Impfungen gegen das Coronavirus die olympischen Spiele in Tokio im Sommer durchziehen. Man erwägt umfassende Maßnahmen, um sichere und geschützte Spiele zu veranstalten, auch ohne dass Impfstoffe zur Bedingung werden. Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, IOC, Thomas Bach, hat eine Impfpflicht für Athleten schon mehrere Male ausgeschlossen. Die Organisatoren werben aber dafür, dass sich möglichst viele Sportler und andere Tokio-Reisende impfen lassen. An den Spielen sollen rund 11.000 Athleten aus aller Welt teilnehmen. Hinzu kommen Funktionäre, Helfer und Medienvertreter. Weiterhin offen ist die Frage, ob auch Zuschauer zugelassen werden. Japan will laut Regierungschef Yoshihide Suga mit ersten Impfungen Ende Februar beginnen. Japan startet rund zwei Monate später als einige westliche Staaten, da man zuerst noch Tests an Japanen für erforderlich hält. Japan will zunächst mit dem medizinischen Personal beginnen. Menschen im Alter von 65 Jahren oder älter sollen als nächstes folgen, möglicherweise Ende März. Danach sind Personen mit Vorerkrankungen dran, sowie jene, die alte Menschen pflegen. Wegen der Corona-Pandemie sind die ursprünglich für das vergangene Jahr geplanten Spiele in Tokio auf diesen Sommer von 23. Juli bis 8. August verschoben worden. Inzwischen verhängt die Regierung jedoch für den Großamt Tokio sowie weitere Präfekturen erneut den Notstand, weil die Zahlen der Corona-Neuinfektionen auf immer neue Höchstwerte gestiegen sind. Japan hat bisher mehr als 330.000 Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt und rund 4.500 Tote gemeldet. Damit steht das Land allerdings im internationalen Vergleich noch recht gut da.